Seid gegrüßt alle zusammen und herzlich willkommen zur 652. Folge vom Let's Play und zu zweit an die Presse Malata und mir auch Mjörn Risa. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück zur Themenwoche auf der Karte Lista in der Version V3. Diesmal fahren wir die Linie 10, und zwar die Regenlinie 10 vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof über den Wohnpark. Fahrzeit dauert um die 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz Citaro Facelift Zweitürer Solo mit automatischer Türsteuerung. Und zwar ein normaler Facelift mit Betriebe OM906 HLA EUR5E VZF Ecolife 6AP. Wir fahren eben haargenau wie Paint. Grasbetter ist Stuttgart, wir fahren es auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Afft! Abfahrt. Nächste Haltestelle. Bahnhofstraße. Bahnhofstraße. Abfahrt. Abfahrt. Das ist mir hier viel zu kalt, Herr Busfahrer. Ja, der hat halt zum Bergsturm, dort halten, bis die Lärmung wird. Nächste Haltestelle, Fitzweg. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Linie 10. Sie führt uns vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof. Mein Name ist John Riesa, ich bin heute hier geschützter Busfahrer und will Sie sich hier an Farmsauf die das bewirkte, die es heute begleiten. Qualifische Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne herseits wieder vorne kommen. Deswegen ist es natürlich in der Ostbahnhof der Zeit so groß. Aber bitte, der Früchte, in den Mittelpunkt. Ja, auch Sie haben mit der... Die Heizung... Hallo! Ja, der Heizung weiß, dass er sich an der Seite ist. Ich komme mal eine Minute davor. Nächste Haltestelle, Barenfelderplatz. ... ... ... ... ... ... ... ... Tag. Hi. Ja, sie ist nicht der erste, wo wir sagen, dass es tot zu kalt ist. Aber teils am Nürkenzuschauen. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, eine normale Fahrkarte. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch einer draußen geht's allen gut. Nächste Haltestelle, Josef von Pfeiffer-Wink. Mir geht's auch so weit, dem entsprechenden Mutgericht nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 540 Abonnenten bei einer Aufrufzahl von knapp über 178.000 Aufrufe. Ich denke, ich bin gleich ein Billion-Eisenern von euch, der mich kostenlos hier auf YouTube supportet. Da ist ja ganz viel Kalk hier drin. Ja, ja. Nächste Haltestelle, alte Schmue. Nächste Haltestelle, alte Schmue. Ja, Montag war ich ja wieder im Kegeltraining wie gewohnt gewesen. Uff. Guten Tag. Guten Tag. Hier briet man sicher die Füße ab. Ja, ja. Was ist, ich war im Gedanken, da klappt das. Da habe ich den 200er Wurfprodus aufgenommen, für euch. So, bin ich dann am Ende auf dem Flugzeug von 1828 hier empfunden gekommen. Nächste Haltestelle, Josefinekirche. Hallo. Hi. Dann habe ich noch 120 Kugeln mit den zwei Jungs gemacht. Dann habe ich noch 120 Kugeln mit den zwei Jungs gemacht. Dann bin ich auf die nächste Haltestelle, Rosenheim. Dann bin ich auf eine Eckpunktzahl von genau 500 Punkten gekommen. Dann habe ich noch meine Cousine miteinander trainiert. Schönen guten Tag. 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 Ich bin eine Minute vor. Ist die Heizung schon wieder ausgefallen? Nein, es ist nicht so was wie eine Heizung hier im Bus. Es ist ganz schön kalt. Ja, es ist ganz schön kalt. Nächste Haltestelle. Wohnpark und Marschen. Hi. Hi. Oh, 1,6 Minuten für Frühjahr. Moin. Moin. Nächste Haltestelle. Fürstenplatz. Rathaus. Moin. Marconi. Moin. Marconi. Marconi. éénWood. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle, Liestal, Hauptbahnhof. Übergang zu den Fernzügen der Deutschen Bahn, zu den Regionalbahnen, zu den S-Bahn-Linien, zur Straßenbahn und zu den Fernbussen, sowie zu weiteren Buslinien. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass wir das Einschalten dabei sind fürs Zuschauen. Wenn in dieser Folge gefallen hat, ob ich mein Kanal gefällt oder für YouTube angemeldet seid, würde ich mich sehr gerne beim kostenlosen Abo von euch freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne auf dem Video gerne den Daumen nach oben da, schreibt gerne eure Fragen, eure Wünsche gerne mich in die Kommentare. Folgt mich gerne bei Instagram, bei Discord und auf Twitch. Links dazu findet ihr wie immer in meiner Kanal-Info. Da geht's auch ein Link zu meinem YouTube-Kanal, da dürft ihr gerne mit euren Freunden teilen auf Social Media, mich kostenlos zu unterstützen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und fahren wir in die Linie 20, dann kommt die Linie 30 und 40. Und ja, lasst euch überraschen, welche Busse ich euch in den jeweiligen Folgen noch alles zeigen werde. Vielleicht hier die ganzen Facelifts. Mal schauen. Oder von Hohl, ja, mal schauen. Und ja, das war unser Bus, unser Mercedes-Benz Citaro Facelift, O530, zwei Türen Solo mit automatischer Türsteuerung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt alle gesund, baut gemisst und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen Isar. Tschüss.